1 Satz Zielverl... Wollt ihr mich verarschen? Was zum... Da soll ich jetzt durch oder was? Sie da, Sie wollten mich sprechen? Ja, und was ist jetzt das Ziel? Der Manager würde gerne mit Ihnen reden. Und was will er? Die Situation wird sich nicht ändern. Ist sie nicht bereit? Wollt ihr mich zum Fick nochmal da gesehen? Boah! Die blinkt! Oh Leute, ich weiß es nicht. Da unten sind ja die zwei. Doch, ich kann hier nichts machen, oder? Hm... Nein. So... Und wenn ich jetzt... Hier... Aufmache? Sieht mich jemand? Eigentlich ja nicht. So... Äh... Fallen lassen... Und ver... Hallo? Verkleiden? Okay... Das ist hier alles... Kein... Eindringen... Sonst bin ich gespannt, ob mich jemand sieht. Boah! Alle sehen mich, oder was? Okay... Verkleidung aufgeflogen... Wo willst du hin? Hilfe! Nein, wieso? Was bringt es euch hier? Was bringt es euch hier? So... Was bringt es euch hier? Nachladen... Oh, wo kriege ich denn so viel Schaden? So... So... Nachladen... Der Kerl Scheiß! Deckung wechseln! Komm schon! Wo sind die? Wo sind die? So... weapon zu verdienen! Keine Munition mehr. Watt, 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 watt... Der Kerl Scheiß! 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 Du bist sehr einfach, Oh, jetzt habe ich die Klampe umgeschossen. Sind sie sonst noch irgendwo? Oh, jetzt habe ich die Klampe. Wow, sie scheinen ihren Job ja echt zu lieben. Ich hatte meinen Arsch, dass ich von der Sie vorher kenne. So, so, so. Sollte ich auch mal versuchen. Okay. Druck dich. So, jetzt sieht das doch alles schon viel anders aus. Oder viel besser. So. Erdrosseln. Hier habe ich gleich was zum Loswerden. So. Gut. Und jetzt. Ja, da kommt die Kamera. So. Messe und Schrauben. Äh, nein. Äh. Äh. Ne, hier zurück will ich nicht. Ich brauche eine... Was? Man wollte zu starten. Okay, da steht die Polizei. Okay, da steht die Polizei. Da steht auch Polizei. Erwartet sie eine verdammte Invasion, oder was? Ich habe in meiner Laufbahn schon viel erlebt. Diese Typen tun so, als wäre eine verdammte Armee hinter ihnen fährt. So. 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 schwitzen die wieder muss man aufhören nicht vom mikro weg geben besser ein radioaustausch ins meck ich kann so einschalten ich mir klar klicken messer habe ich alles habe ich schon okay ich nehme das da mal da liegt die filmrolle ok nun was hat mir jetzt ist hier gebrach das war knapp nein ich verbrauche jetzt kein instinkt denn ich warte jetzt einfach bis der da weg ist so der sich jetzt aber auch nicht umdreht oder so warum denn nicht ach jetzt dreht er sich um da läuft er und dann mache ich einfach mal die jetzt so ich weiß ich bloß nicht wann ich die filmrolle einlegen soll ist alles ok ja denn da blinken noch so viele sachen so ich glaube ich schade die film den film starte ich jetzt so so sind die abgelenkt und ich muss jetzt dass da hinten irgendwie hingelang bloß wie was ist denn das da ok öffnen so so ist er aus dem fernsehen oder habe ich den schon mal irgendwo gesehen was 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 der ist personalisiert willst du mich jetzt verarschen jetzt habe ich es wahrscheinlich versaut ja 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 vor allem mit den Anzugträger da oben fünf das bringt mir nichts bringt mir nichts Ich glaube, ich starte einfach nur mit dem Projektor. So... Genau jetzt! Genau jetzt! So. Hier öffnen. Da öffnen. Hier hingehen. Ja, da ist nämlich keiner. So, und jetzt, und jetzt! Komm schon! Hier öffnen! Komm schon! Komm schon! Kein Instinkt mehr! Bitte, bitte! Ja! 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 Knopf drücken, Knopf drücken! Ja! Jawohl! Mr. Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Komm zu uns! Jawohl! Es heißt zwar, Reichtum kann eine Würde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen! Heilige Scheiße! Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin! Und die gehört uns! Und die gehört uns! Nein, die gehört mir! Hier, kauf den Lippenstrich! Verdammt, ist das viel Geld! Ja! Was? Mist! Verrascht du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt? Verdammt nochmal! Der Typ muss sterben und zwar jetzt! Leg ihn rum! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht! Weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby! Das geht mir so auf den Sack! Alles gut, Baby! Nein, das ist es nicht! Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leyla hat etwas, das wirkt bei jedem Mann! Ja, davon bin ich überzeugt! Du machst das schon! Komm, Engelchen! Geh in dir! Ich vertraue dir! Alles klar! Gott sei Dank! Endlich! Oh Mann, bin ich blöd! Blöd, blöd, blöd! Es ist nicht Nummer 55 im 22. Stoff, sondern Nummer 22 nicht! Nummer 25, Nummer 55 im 2. Stoff! Oh, nee! Was ist los mit mir, hä? Ist das ne Leseschwäche? Mann! Oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur blöd, das sagt nämlich meine Mom immer! Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? Hey Mann, Sie haben ja ne Knarre! Wie cool ist das denn? Hey, das ist nur der Sushi-Tipp! Wer hat Sushi bestellt? Stockton schon! Herrgott, nimm das Sushi und bringe es zu Miss Stockton! Und fasst da drin nichts an! Damit würde ich einfach sagen, was jetzt hier passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Hitman, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, tschüss!